Hallo Freunde, ich bin Lonvald und willkommen bei World of Things wollte ich schon sagen, natürlich nicht. Nächste Folge von Ineat des Drachen ist da. Und zwar, ich habe euch letztes Mal versprochen, dass wir jetzt einen Angriff auf die Grünen starten und so wird es auch sein. Hier stehen schon von den Toren von den Grünen Einheiten meine Armee. Und jetzt versuchen wir es, diese grünen Einheiten auszulöschen. So, diese Armee ist natürlich nicht die einzige, da kommt immer noch mehr und mehr. Also, da werden die Grünen was zum Knabbern haben. Ich will aber nicht mit den Grünen so sich befassen. Ich will einfach reingehen und einfach die Base da ein bisschen niedermetzen. Und zwar so, dass wir jetzt diese Hauptbase so schnell wie möglich finden und so schnell wie möglich erledigen. Denn, wenn wir es schaffen sollten, dann wird es so sein, dass wir halt diese Armee alles mit Soldaten und allem drum und dran bekommen. Und das bedeutet, es wird halt so sein, dass wir es halt dann kontrollieren können. Und so sieht es ja auch aus, dass wir jetzt geschafft haben. Jetzt haben wir allerdings zwei von denen nicht erledigt. Soldaten sind jetzt noch gegen uns, also die Armee. Jetzt gehen wir erstmal alle hier rein und die Hälfte schicken wir hier rein zum Verteidigung. Glaube ich, dass das eine gute Idee ist. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Arbeiter, neue Arbeiter in der, in der zugehörigen Plätze zu schicken. Das Problem wird jetzt, das Problem wird sein, dass wir jetzt beide verteidigen müssen. Und das ist halt einer davon von Problemen, dass ich jedes Mal hin und her gucken muss, ob da jetzt alles okay ist und so weiter. Dann, wir müssen auch noch die Arme gut aufteilen und so weiter. Also, da müssen wir noch gucken, wie wir das alles packen. Aber ich bin große Dinge, wir haben schließlich die Grünen erobert, diese Armee zurück, da können wir hier fließen. Denn diese Armee sollte ich jetzt erholen und wir werden dann die nächsten auslöschen und zwar die gelben. Jawohl, da habe ich mir schon gedacht, dass da jetzt ein Problem wird, aber solange die da halten kann, kann ich diese, diese Base hier zum, ähm, also aufbauen und so weiter. So, los geht's, arbeiten, Jungs, arbeiten, nicht voll rumliegen. So, ihr, geht da hin, meine kleine Armee hier wird verteidigen, das heißt klein, also, sie ist gar nicht so klein. So, was macht hier, sie sitzen hier rum, faul, auf der Haut, das ist unverzeihlich. Und hier raus, hier raus, hier raus, werden dann unsere Arbeiter rauskommen. Irgendwie greifen sie immer die Base an. Das geht's. Oh je. Jungs. Tor auf. Wir gehen erst mal. Kleinholz aus denen machen. Kleinholz. Was ist denn los? Hat doch Kleinholz aus denen. Ja, okay. Wir haben keine Lust mehr. Zurück. Die Einheiten gehen, schon ihre Pferde nehmen. Ich muss erst mal hier, die alle an die Arbeit schicken. So, die arbeiten, ähm, die noch nicht. Ich muss erst mal hier aufbauen. Ihr 2, ihr werdet hier die Story barrieren. Jetzt... Moment... 1, 2, 3, 4, 5... Schön, ich brauche jetzt euch 5. Gibt es hier kein Holz? Oder so? Oder Eisen? Eisen wäre nicht schlecht. Jawohl, denn mein Eisen ist schon weg. Ich brauche mal ein Haus. Weil hier sind noch nicht 70. Dadurch können wir noch mehr. Äh, 30 Steuern, das ist mir zu wenig. So, aufbauen, aufbauen. Bin unmöglich. So, die Arbeiten, die Arbeiten und so weiter. Äh, so Freunde, ich glaube, diese Folge wird... glaube ich eigentlich schon zu Ende sein. Weil, ähm... Ja, Freunde. Ich will diese Folge so machen, dass wir halt zum Angriff und so weiter gemacht haben. Und wir haben es geschafft... die Bös zu erobern. Die Bös zu erobern. Die Grünen liegen unter unserem Boden, also unter unseren Befehlen. Wir hören jetzt auf unseren Befehlen. Wir haben auch jetzt, äh, ziemlich gute Armee, hier. Äh, wir haben die geschafft, hier reinzukommen. Pest, 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 Pest. Und mit solchen schönen Dingen verabschiede ich mich. Da wir jetzt auch noch die Pest haben, muss ich dann, ähm, was mir überlegen. So, Freunde, ähm, ich hoffe, diese Folge... Was macht hier zwei hier? Äh, diese Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt. Herzlich willkommen im Jahr des Drachen. Denn, äh, heutige Folge ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.